Die von unserer Redaktion vergebene Endnote für dieses Workshop-Produkt lautet 9.4 von 10 Punkten. Es ist das am meisten gewünschte. Die Stärken sind Vielseitigkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, den Preis für diesen Artikel und weitere Informationen finden Sie über den Link am Ende der Videobeschreibung. Graf hat ein Produkt hergestellt, das wir mit 9.2 von insgesamt 10 Punkten bewertet haben. Es ist derzeit das am häufigsten verschenkte Produkt. Für diese Eigenschaften wird es sehr geschätzt. Durchsichtigkeit, Steuerbarkeit, Genauigkeit, Qualität, Haltbarkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis zum Verschenken. Sie können dieses Produkt kaufen oder weitere Informationen erhalten, indem Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung klicken. Die Endnote für dieses Gardena-Produkt ist 9.2 von 10 Punkten. Es ist das billigste in dieser Auswahl. Die Stärken sind Einfach zu halten, Robustheit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität, Haltbarkeit. Den Link zu diesem Produkt mit allen Informationen und dem aktuellen Preis finden Sie am Ende der Videobeschreibung. WMF wurde mit diesem Artikel eine Endnote von 9 von 10 gegeben. Online ist es der Verkaufsschlager. Seine Hauptfunktionen sind, einfach zu halten, Preis-Leistungs-Verhältnis. Am Ende der Beschreibung dieses Videos finden Sie den Link zu weiteren Informationen oder den aktuellen Preis dieses Produkts. Die Endnote für diesen Lansky-Artikel ist 9.2 von 10 Punkten. Dies ist unsere beste Wahl. Ein ausgezeichnetes Produkt, das sich durch hohe Qualität auszeichnet, sicherlich eine der besten Lösungen für diese Art von Artikel. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen oder mehr darüber erfahren möchten, klicken Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung. Dieses von Fiskars hergestellte Produkt erhielt 8.8 von 10 Gesamtpunkten. Es ist derzeit das am höchsten bewertete mit 6343 Bewertungen für diese Kategorie. Seine Vorzüge sind Qualität, Haltbarkeit, für unterwegs, Preis-Leistungs-Verhältnis, Genauigkeit. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind und mehr darüber erfahren möchten oder einfach nur den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung. Tupperware hat ein Produkt hergestellt, dem wir eine Gesamtbewertung von 9.4 von 10 Punkten gegeben haben. In dieser Auswahl ist es das Beste. Es ist eines der interessantesten Produkte in diesem Bereich und bleibt eine ausgezeichnete Wahl für die meisten Benutzer, die es bereits gekauft haben. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Produktlink mit weiteren Informationen und dem aktuellen Preis. Die Gesamtnote für diesen Greff-Artikel lautet 8.6 von 10 Punkten. Es ist das offensichtlichste aus dieser Auswahl. Die wichtigsten Merkmale sind Saugleistung, Genauigkeit, Steuerbarkeit, Durchsichtigkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität, Haltbarkeit. Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Produkt wünschen oder es kaufen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung am Ende des Videos. Die abschließende Bewertung dieses WMF-Artikels ist 7.8 von insgesamt 10 Punkten. Es hat im Moment das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Seine Besonderheiten sind Ergonomisch, Steuerbarkeit, Genauigkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn Sie weitere Informationen wünschen und den Preis für diesen Artikel erfahren möchten, klicken Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung.